Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Neuerbude, willkommen zu einer neuen Folge Minicraft Murda Funi Moments. Ja, ich bin perfekt so gedreht, man sieht sich nicht. Gut. Ähm, heute alleine, weil hier ist niemand anderes. Ach, halt's Maul. Spaß war der, aber, ähm, ja, ihr seht ja schon mit wem zusammen, hallo. Äh, ich hoffe mal, deine Zuschauer können Englisch, denn die Witze heute sind nur auf Englisch. Ja, und wir haben ausnahmsweise mal Gesprächsthemen. Hm, ausnahmsweise mal, damit wir nicht die ganze Zeit umschwürdig umbringen oder ich das Spiel verlassen, damit ich casual spielen kann. Warum zur Hölle wollte ich gerade, ähm, Partienweit an Gomez-Lehrlinge schicken, gell? Ach, mehrere von mir, sag mir. Du bist die Mehrzahl. Du bist so fett, du zählst als Mehrzahl. Oh, Statue. Oh, du tschüss. Ich habe 20%ige Detective Chance. Was? Ich habe 26. Ich bin Inno. Das ist kein Witz für mich, Inno. So. So, ich habe ein paar Witze vorzulesen, während ich flüchte. Ähm. 20% bist du Inno. Also, sag mir dann auch, wenn ich das erste Thema mal auspacken soll zum Reden. Mach mal. Okay, warte, ich habe mich nicht mehr notiert. Also, erstmal, ich habe mir ein paar Oberpunkte gemacht. Erstmal das wichtige Thema. Was ist denn dein Lieblingsessen? Schnitzeln, Schnitzeln-Banäse. Ne, Schnitzel-Banäse? Was? Nein, Schnitzel-Banäse. Banäse ist so eine Soße. Okay. Oh. Tod. Ach, bist du Mörder? Ja. Arschgeige. Auf jeden Fall. Ja, aber Schnitzel-Banäse ist es halt Schnitzel mit so einer bestimmten Soße. Ja, bei mir muss ich, denke ich, nicht viel sagen. Ähm. Eventuell Döner. Ach. Ernsthaft Döner wirklich dein Lieblingsessen? Ja. Döner ist geil. Oh mein Gott, ich habe einer gesehen. Ach. Das überrascht mich. Absolut nicht. Wow, jetzt spielt er wieder in der gleichen Statue. Boah, Alter, ich bin gerade irgendwie wieder richtig nervös. Aber ich habe den irgendwie erwischt, ohne es zu bemerken. Auf, spielst du eigentlich nie an Kallil. Ja, cool. Was für ein Ding? Kallil. Ich weiß nicht, was du meinst. Kali, meine ich. Ach, als Mörder doch nicht. Doch. Hey, der Typ, alles klar, der leckt ja absolut wohl. Habe ich noch mehr Leute gesehen? Ja. Ich denke mal, die meisten wissen inzwischen, eh dass ich's bin. Da kann ich auch offensiv spielen. Und ich habe jetzt schon mehr Kills, als ich erwartet habe. Ich bin einfach Pessimist. Scheiße, ich habe gedacht, er geht da rein. Scheiße. Wo hat sie da überhaupt einen an Bogen, ja? Hey, du hast den, deine Beine zu. Es ist nicht nur schön. Es ist nicht nur schön. Es ist nicht nur ein anderes Zeug. Ja? Es ist nicht nur ein anderes Arzt. Scheiße, nein. Verpiss dich, verpiss dich. Oh, Schneebälle. Ich mache mal kurz hier den Ton auf. So, an die Zuschauer, man hört hier den Gommes-Lehrling jetzt mal kurz nicht. Ich habe fast im Bogen gekommen. Die Schneebälle haben mir gerade schon das Lieben gerettet. Easy. Boah, das ist so geil, wenn man für jedes Gold 3 bekommt, ey. Ja, genau so. Schade. Als ob, was soll der Scheiß? Du bist in mich reingerannt. Ja, weil ich zu Kali-Statue wollte. Ja, die ist auf der anderen Seite vom Untergeschoss. Und wenn ich einen Bogen habe... Ich habe dich einmal gesehen, ich bin immer um die Ecke gelatscht. Ich habe dich schon seit einer halben Stunde gefühlt, einfach gerade laufen sehen. Ja, richtig. Okay. Ja, das ist wieder ein bisschen am Lenk. Arginet mag ich aber auch nicht so. Und der Bogen ist auch schon wieder aufgehoben. Was zur Hölle. Ich glaube... Was zur Hölle war das? Ja, ähm... Ich würde sagen, das war die schnellste Runde, die wir hier hatten. Das schneide ich rein, auf jeden Fall. Ich glaube, der Detektiv hat einfach geliebt und der Bogen... Jemand anderes hat dann den Bogen bekommen. Und dann wird der Mörder halt eigentlich direkt vom neuen Detektiv getötet. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ich habe einfach nur 4 und 5 im Moment. Ich hoffe, ich werde euch mal... Der 5 und 2. Der 5 und 2. Ja. Warst du heute schon mal Detektiv? Ganz schlau und fragt? Stimmt, stimmt vorhin. Vor allem bei der Statue. Geile Statue, ne? Der kennt sich vor allem in den klassischen Alpen. Frag mich sehr an, wenn ihr jetzt Mörder mit dem Spiel umspringt. Lässt du raus. Wie soll ich mit 4% Mörder werden? Was ich? Hacken. Yeah. Der hooks. Der hookt. Ja, wie Slime PvP mit seinen Hooks. Das war super, ey. Katze, ja, ich. Der Slime PvP und seine geilen Hooks. Mhm. Ey, ganz ehrlich, was habe ich gerade gesagt? Ey, du hast mich motiviert. Habt ihr gesagt, ich bin erst ein Pferd? Ja. Was soll der Scheiß? Genau deswegen musste ich dich ja töten. Ey, das ist arschig. Also, du bist jetzt schon zweimal Mörder gewesen. Und ich einmal Detektiv. Was soll das denn? Oh, das Pferd ist cool. Deck mich doch, ey. Ich wollte selbst eins. Tja. Das ist wohl nicht so gut gelaufen. Hi. Ich werde halt wieder verlieren. Ich kenne das ja. Alter, ich leck mich scheiße. Ey, ich bin gerade richtig wütend auf dich. Das war echt nicht nett. Und ich leck gerade mich scheiße. Aha. Kann ich mich jetzt jemanden umbringen? So, hab einen Typen mit meinem Wurf getötet. Mich wundert Zeit, dass noch keiner in den Chat geschrieben hat. Du hast bisher, ach, du hast bisher doch nicht mehr einen gekillt. Ich hab vier gekillt. Ich hab vier gekillt. Bist du schon mal, wenn der Todeschat richtig chat wär? Das wäre doch unfair. Das wäre doch unfair. Das wäre doch unfair. Das wäre richtig unfair. So geht das. Okay. Okay. Und jetzt mal bitte jemanden grünen in die Kommentare schreibt. Okay. 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 Ich hab' keine Ahnung, wer Maras ist. Der macht auch nicht viel, ganz offensichtlich. Ich brauche noch 1 Gold und so ein Sesam-Kutus-Sprenger. Ach 2 Gold. So. Erstmal einen Typen im Chat beleidigt. Ich bin ein richtiger Gangster. Rally Gold. Ich hol mir einen Kaktus-Masser-Krirat 2900. Wow, ich habe durch den Scheiß diesen Kaktus 2 Gold gekippt. Alles klar, der Typ. Du guckst in den Spiegel. Dann fällst du langsam. Kein Abstand. Es ist immer dasselbe, ne? Immer rennst du so voll auf mich zu. Ich kaufe auf dich zu, gelitten. Und du schießt mich einfach ab. Wow, du hattest irgendwie 13% Mörder und rennst einfach voll auf mich zu, während ich einen Bogen gespannt habe. Was soll ich denn da anderes denken, als dass du Mörder bist? Noch 1 Gold. Jetzt willst du mich random killen, ey. Schade, du Arschgeist. Ich wollte wenigstens sicher gehen, dass du nicht Mörder bist. Du hättest mich ja sowieso gekillt und dann wären wir beide tot. Außer du wärst Mörder. Und deswegen war das auf jeden Fall die beste Möglichkeit für mich. Ganz egal. Wie bringe ich mich so jede Runde um? Ja, du wolltest mich grad eh umbringen. Und du bist hier immer so auffällig, Junge. Du rennst einfach auf mich zu. Ich sag deine Chance, Schatz. Ich bin in, und das kann man nicht sein. Auch in sein Portal. Ich hab 1 und kleiner als 1. Voll die hohe Chance, ne? Die bringt die Knetchen hoch. Ja. Ich will hier grad den Geheimgang öffnen, um der Allgemeinheit noch was gutes zu tun. Also wann? Easy! Das war so einfach. Alter, das war so einfach. Mit der anderen Seite. Das war so einfach! Ich bin mal zo know. Bist du glaube? Hallo vom der anderen Seite. Wuuuuhuuu. Wie hier, dein Paar? 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 Ja, 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 ja. Wer hat's gerissen? Nicht du. Doch. Ich habe ihn. Easy. Mein Pferd hat's gerettet. Er hat irgendwie sein Schwert und Bildschnappen neben mich geworfen. Oh, ich bin Mörder. Was? Ey, ganz ehrlich, ich hatte grad 10 und 9. Ich wette nichts. Ich wette, wie wir es reden, auch wenn der Aufnahme irgendwie bei ist. Mindestens einmal. Jetzt kommt er. Oh, geil. Ich hab's Launers. Ich will diese Statue ein. Das ist so nice, Juni. Die gibt einem nie was Schlechtes, da der Typ neben mir ist vergiftet. Ah, cool. Jetzt hab ich, äh, wenn ich noch langsam bin. Ich hab jetzt wieder Hungerleiste. Das heißt, ich bin noch langsamer. Fühlt sich schon geil an, wenn man sich mit 2 Stundenkilometern voran bewegen kann. Oh, die. Ah, cool, jetzt ist mein Scoreboard kaputt. Ähm, das ist wieder so ne klassische Runde einfach. Halt. Ich glaube, man sieht, wie schnell ich mich hier voran bewege. Äh, wo bist du? Ich bin dann in einer halben Stunde so ungefähr da. Meine andere kann ich. Bist du tot? Ne. Ist was? Nein. Hier, guck mal. Ich bin grad hinter dir. Ähm, das ist meine Höchstgeschwindigkeit. Ich hab Angst. Ah, Apropos, bei mir sind jetzt auch welche. Und ich kann nicht von ihnen wegrennen. Aber die können mich irgendwie nicht hitten. Scheiß Spider-Web, ich will das wegwerfen. Ja, geht leider nicht. Naja, aber ich kann mich nicht so voll drauf sammeln. Ich weiß nicht mal, wie viele Innos es noch gibt. Ah ja, jetzt muss ich... So ein Mädchen mit langen Haaren. Ich lass mich töten. Ernsthaft. Wer hat mich gerandom killed? Irgendwer hat mich einfach gerandom killed. Aber der Mörder ist grad eh auf mich zugelaufen. Alter, ich hab grad ein Schwert gekriegt. Sollte ich mir das Mörder. Was? Was? Guck mir doch zu, ich bin Mörder. Du warst aber nicht von Anfang an Mörder. Nein. Kann man echt ein Schwert von der Statue bekommen? Yo. Weil den Mörder selbst hab ich ja sogar gesehen. Mann, der Mörder hat... Oh Mann, der Mörder hat mich gezählt. Ja, mit seiner Karotte. Du beobachtest, ja. Du bist der Letzte. Du bist tot. Ja, dann komm doch her, wenn du mich umbringst. Oh, blau. Ich bin tot. Oh, Todesbaum. Wie sehr hasse ich dich. Das ist so wild. Was? Das ist so wichtig, dass der Mörder so dumm ist. Ja, mich hat der halt umgebracht, weil ich... Oh, Todesbaum. Ich bring mich um. Ich lach mich schlapp. Der Mörder ist scheiße. Das ist das Problem. Ich hab zu wenig Freunde. Das ist so wichtig. Ich hab zu wenigstens. Ja, ich hab zu wenigstens.